Einfach zum entspannen. 1938. Exzellent. Ja, schmeckt toll. Das ist nur der Vorgeschmack. Ich hab gehört, dass von diesen Zigarren her eine ganze Lieferung beschlagnahmt wurde. Ihr würdet sie mir beschaffen. Wir sollen Zigarren klauen. Wo ist das Problem? In unseren Nachtlubs werden sie uns gute Zigarren aus den Händen reißen. Es wirkt wie, keine Ahnung, Kinderkram. Du warst schon immer viel zu schlau. Dir macht man nichts vor. Kinderkram trifft's ganz genau. Danach soll es aussehen. Die Zigarren sind nur Tarnung für heiße Steine. In einigen Kisten sind geschmuggelte Diamanten. Aber die Fetts haben sie nicht gefunden. Wir stehlen Diamanten von den Fetts? Keine Sorge. Ich habe schon alle Einzelheiten mit Sam hier geklärt. Er sagt's euch. Jetzt muss ich den Bürgermeister in seinem Lieblingsherrenclub treffen. Schmiedet gemeinsam den Plan. Aber ich will die Zigarren, bevor jemand der Warenbeute auf die Spur kommt. Verstanden? Klar, Boss. Gut. Und trink nicht meinen besten Fusel. Wusstest du das? Wir haben gestern drüber gesprochen. Wir haben einen Plan. Es ist kein guter Plan, aber wir gehen nicht rauf. Wahrscheinlich. Na los, hilft uns dort jemand oder was? Nein. Wir sind auf uns gestellt. Das wird schwierig. Die Zigarren sind in Kisten. Am Hafen. Scheiße. Der Laden wird bestimmt gut bewacht. Ja. Gewalt hilft hier nicht. Wir machen's mit Köpfchen. Wir klauen ein Zolllaster und sind drin. Gott, müssen wir den armen Fahrer umbringen? Nein. Wir jagen ihm Angst ein. Wir wollen nur seine Papiere. Gut. Ich will keine Leiche loswerden müssen. Los. Suchen wir nach nem Zolllaster unten bei den Docks. Alles klar, Tom? Ja. Ich frag mich nur, was dahinter steckt. Dahinter steckt? Der Boss hat nen Job für uns und wir machen ihn. Es scheint nur verdammt riskant. Sogar für Diamanten. Wenn wir geschnappt werden, buchten sie uns lange ein. Dann dürfen wir nicht geschnappt werden. Oder? Ja. Ich habe am Hafen Sachen für den Auftrag versteckt. Geht zu Winnie, wenn ihr was Spezielles braucht. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Mafia Definitive Edition. So Leute, Diamantenraub. Das kann nicht gut gehen. Und vielen Dank erstmal an Michi fürs Followen und herzlich willkommen Falkenauge im Chat. So. Zu Winnie werden wir was Besonderes brauchen. Okay, wartet mal, wenn die das schon so sagen. Ist denn Winnie zu Hause? Oh, Winnie ist zu Hause. Hallo everybody. Yo, Winnie. Riskante Sache heute, Tom. Nimm, was du brauchst. Oh, was hat er denn? Was darf ich mir denn nehmen? Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Okay, Munnie habe ich. So, Leute. Weißt du noch am Anfang? Läden filzen, Ratten verprügeln? Scheint ewig her zu sein. LOL. Das sehe ich jetzt erst. Der Job bleibt der gleiche, Winnie. Alle Toten sind gleich. Ich genieße es. Mein ganzes Leben wollte ich das Sagen haben. Und das haben wir jetzt. Es ist ein Tom, Tom. Besser wird's nicht. Vergiss das nie. Nice. Als ich mich auf Sageris Seite stellte, verlor ich viele Freunde. Sie sagten, er übersteht kein Ja. Aber ich wusste, aus ihm wird was. Jetzt sagen sie nichts mehr. Du hast den Großteil abgemurkst. Tja. Wieso ich? Was? Ich bin friedlich. Ich bin ein friedlicher Mafiosi. Ich schwöre. Ich bin ja mal gespannt, Leute. Das kann ja nicht nur schief gehen. Tom hat ja schon, äh, Bedenken geäußert. Hallo Mavis, willkommen im Stream. So, Leute. Ab geht's mit dem grünen Frosch hier. Ich muss erst mal kurz Radio ausmachen. Im Auto. Hör auf. Du machst mich nervös, wenn du mit dem Ding spielst. Entschuldigung. Mir geht nur eine Menge durch den Kopf. Ach ja? Dachte, da oben wäre gar nicht so viel Platz. Schaut euch ruhig tot. Glaubt wohl, ich hätte keine Pläne. Das hat's gedacht. Ich hab große Pläne. Ach ja? Raus damit. Woran arbeitest du? Tja. Spiel mit dem Gedanken, ne Bank in der Stadt auszurauben. Ne Bank überfallen? Klar. Ich beobachte den Laden seit Monaten, hab alles genau geplant. Ich brauch nur ein paar Männer, die mir den Rücken frei halten. Ein Banküberfall ist etwas zu groß für uns. Wir beklauen doch auch die verkackten Feds, oder? Wo ist der Unterschied? Salieri ist der verdammte Unterschied, du Schwachkopf. Der Don wollte diese Zigarren haben. Ein Banküberfall segnet er nie ab. Muss er ja nicht wissen. Du willst den Don hintergehen? Oh oh. Nein. Nicht wirklich. Wir können ihm ja nach dem Ding ein Teil abgeben. Er wird sauer sein. Aber nur, bis er seinen Anteil hat. Ich weiß nicht, Pauli. Ja, ich weiß auch nicht. Tu, was du willst. Ich werd nichts sagen. Ich hab dir viel zu verdanken, aber... Wenn Salieri herausfindet, dass du hinter seinem Rücken arbeitest, landest du neben Morello. Keine Beute der Welt ist das wert. Er hat recht, Pauli. Frag den Don, oder vergiss es. Ja. Ist ja nur ein kleiner Traum. Wach auf. Wir sind da. Tom, du nimmst die Karre. Such einen Zolllaster und triff uns beim Zolldepot. Wir holen das restliche Zeug. Gut. Bist du bei der Sache? Ja. Ernst wie ein Priester. Genau das hab ich befürchtet. Ah. Warte, keine Sorgen. Alles klar. Der will also den Don hintergehen. Ei, ei, ei. So, von wegen nur ein Hirngespinst. Finde und Stiel durchsuche die Linksbumsquartier. Soll ich jetzt aussteigen, oder wie, hä? Das sind jetzt Finde und Stiel einen Zolllaster. Okay. Das ist jetzt eine gute Frage. Wo findet man sowas denn? Ich weiß ja auch nicht mal, wie der aussieht. Wie ist ne Sackgasse? Scheiße. Hm. Aber unten sieht man auch nichts auf der Karte. Da ist nur was zum Sammeln. Hab ich jetzt aber keinen Bock extra auszusteigen. Finde und Stiel einen Zolllaster. Da ist was. Da ist was. Ich hab, ich hab, ich hab. Da ist er. Wir müssen das ordentlich machen. Eingeparkt wie ein Profi, Leute. So, jetzt stehe ich nicht mehr auf dem Bordstein. So. Das war wichtig, dass ich gerade stehe. Sonst hätte ich mir wieder was anhören können. Ja, ich muss mal kurz meine Maus hier ein bisschen langsamer machen. Wie hat sich das denn angehört? Boing. Ich glaub, das war, äh, Plexiglas. So. Hup mir nicht an. Alter, wie die Karre quietscht. Wie, wie, wie. Muss aber noch wachen. Hahaha. Ei, ei, ei. So, wir müssen dahinter. Kann ich nicht auch hier durchfahren? Ein bisschen Abkürzung nehmen. So. Die Karre fährt sich richtig scheiße. Ups. Jetzt weiß ich schon, warum die die dicken Straßen empfehlen. Der wird in Knast landen. Oder sterben, sagt sie. Quark mit Soße. Guck mal hier, sind wir schon da. Habt ihr schon gehoopt? Habt ihr gehört? Voll unauffällig. Park dort drüben, Tom. Hab ich. Wo ist meine Uniform? Hä? Mehr haben wir nicht, Kumpel. Vorne haben nur zwei Platz. Du sitzt hinten. Lass dich aber nicht blicken, sonst gehen wir baden. Quatsch nicht. Ich weiß, was ich tun muss. Das erzählst du sicher allen Mädchen. Los. Wow, 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 wow. Los, Bewegung. Ist ja gut, ist ja gut. Flucht. So, jetzt muss ich auch wieder rausschießen hier. Ich schwöre es. Gemütlich da hinten, Tom? Was zur Hölle denkst du? Was haben wir für den Abschlepphof geplant? Keine Ahnung. Nach Kisten aus Kamerun suchen oder so. Wo die Zigarren herkommen. Weißt du, wie groß der Hof ist? Keine Sorge. Um diese Uhrzeit ist da nichts los. Wir haben freie Hand. Eure Papiere? Ach, äh, Mist. Äh, Pete. Hast du die Papiere? Im Handschuhfach. Was war das? Was war was? Was? Hier, bitte. Mal weiter. Heute ist viel los. Wird schwer, einen Platz zu finden. Hast du das gehört? Das wird viel los sein. Passt schon. Wir müssen nur schnell reagieren. Genau das fällt mir schwer, Sam. Das weißt du doch. Ich merke jetzt schon die Schießerei. Ich habe sie schon vor Augen. Wo wart ihr denn so lange? Wir müssen bis Sonnenaufgang die Lieferungen überprüft haben. Ja, Entschuldigung. Wir konnten unsere Papiere erst nicht finden. Zeig, was wir tun sollen. Wir sind neu. Wir sind alle neu hier. Aber einige von uns wissen, wann es losgeht. Kommt mit. Soll ich jetzt hier drin bleiben? Hä? Okay, Tom. Das ist was für dich. Geh in die Lagerhalle und such nach der Zigarrenkiste mit den Diamanten. Okay. Hier wird über alles Buch geführt. Such also in ihren Akten. Du suchst nach Kamerunzigarren. Kamen in einem Boot namens The Bohemia. Angedockt am Dienstag, den 23. Klar? Ja. Nicht schnappen oder sehen lassen. Komm, wenn du fertig bist. Johanna, Alter. Ich muss meinen Körper auch erforschen. Bedummt. So. Da hoch. Okay, wir machen das leise, Leute. Lautlos, nicht laut und los, Leute. Diesmal wirklich leise. Aber bei dem Spiel, finde ich, ist das gar nicht so einfach. Die Fetts schieben heute Nacht Überstunden. In diesen Kisten werden wir nie fertig. Auch nicht in der Woche. Dann wirst du für eine Woche bezahlt. Heuer nicht. Da ist eine Tür. Aber man könnte auch übers Dach, guck mal. Er meinte, es könnte Ärger geben. Würfte besorgt. Ach, scheiße. So viel zu laut und los. Kacke. Aber wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Ich schwör. Junge, Junge, Junge. So. Okay. Die Fetts schieben heute Nacht Überstunden. Schlimmer als eine Nadel im Heuhaufen zu finden. Such einfach was, das Feen am Platz wirkt. Mit diesen Kisten werden wir nie fertig. Auch nicht in der Woche. Dann wirst du für eine Woche bezahlt. Heuer nicht. Jetzt hier lang gehe. Ja, das sieht schon besser aus. Jetzt warten wir, bis der da weg ist. Der läuft doch auch, oder? Läuft der nicht? Ich glaube, die haben hier nicht gesehen, oder? Das war knapp. Okay, wir sind drin, Leute. Wir sind drin. Okay, zu lesen. Ich habe eine Zigarettenkiste aus der Lagerhalle genommen. Ich habe den Verdacht, dass einige der Quarons, die wir von dem Schlagnabend haben, verbergen könnten, wonach wir suchen. Da drüben ist einer. Ich meine, ich muss die wahrscheinlich... Vielleicht kann ich die auch ausschalten. Den holen wir uns zuerst, den Aufseher. Weg mit dem. So. Lautlos ist nicht so dein Ding. Klar, ich bin doch bekannt dafür. Jetzt habe ich jetzt mir das gemerkt, welche ich suchen soll. Interessant. In Sektor 2D. Okay, zum Glück gibt es da oben die Anzeige. Hier, da oben links. Dass ich weiß, was ich machen muss, weil sonst wäre es ein bisschen schwierig. Da müsste ich so aufpassen. Alles nur Müll. Oh, ist da jemand? Kommt da jemand hoch? Der ist draußen, wa? Aber ich weiß ja jetzt schon, dass sie in Sektor D2 sind. Nee, nichts. Mach der Block mich krank. Ey, wer ist er denn? Hallo? Bist du Bescheid, Leute? So. Okay. Kitty, ja. Ich werde Dienstag einmal vormittags streamen. Aber der Song, wenn es um den Song geht. Der kommt erst 18 Uhr. Oh, was? 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 Kloppt nur den einen, der löst kein Alarm. Maus. Was? Oh, nee. Ich wollte doch boxen und nicht schießen. Der hat automatisch die Knarre rausgeholt, der Sack. Verdammte Axt. Okay, alle guten Dinge sind drei. Jetzt schaffen wir das. Ich schwöre. Junge, Junge, Junge. So, jetzt aber, komm. Was? Wer hat mich denn jetzt entdeckt? Hör auf jetzt. Ach, hör auf jetzt. Nur weil ich da mal langgerannt bin. Ich war ganz leise. Shit. Okay, jetzt aber nochmal professionell. Chrissy, reiß dich zusammen. Es ist zwar Sonntagabend, aber... So, jetzt aber. So. Interessant. So. Aber ich hatte doch da gerade oben noch was stehen. Jetzt habe ich nicht mehr aufgepasst. Ich habe mich nur auf Sektor 2 konzentriert. Alles nur Müll. Alles nur Müll. Können wir nicht nehmen? Okay. So. Okay, dann machen wir jetzt aber hier. Jetzt ratzifatzi. So, da hinten war nichts. So, wir müssen nach 2D. Äh, D2 meine ich. Aber wie komme ich da hin, ohne dass der Maisy... Der muss weg da. Boah, der hat doch seinen Schatten gesehen. Eindeutig. 100 Pro hätte der den Schatten gesehen. Oder er ist blind. Das kann auch sein. Er dachte, das wäre sein Schatten. Der von ihm und seinem Ego. Okay. Okay, Leute, wir sind drin. Der Hof ist so riesig. Also Jungs, überprüft jede Kiste. Dann brechen wir sie auf. Es sind hunderte. Wie schön für euch. Die ganze Nacht zum Suchen. Das wird helfen. So, da ist einer und da ist noch einer. Ich muss jetzt aufpassen, wie die wieder nach wo die gucken. Nicht, dass die Blickdingsbums... Die Blickfelder sich überkreuzen. Der da hinten, der ist natürlich auch nicht so geil. Okay, aber wie kriegen das denn? Komm, dreh dich um. Komm schon, tu es. Ich lass die einfach. Ich geh hier nach unten. Die Treppe rechts. Wenn der sich wieder umdreht. Was guckt der hierher? Scheiße. Ich glaub, der läuft eher los. Ne, komm, Tridium. Das war knapp. Aber wir haben's. Leer. Weder Zigarren noch Diamanten. Okay, den haben wir. So, hier ist noch eine Kiste. Deswegen, die da oben, die brauche ich gar nicht beachten. Immer noch nichts. Jetzt habe ich hier unten meine Ruhe. Die sehen mich von da oben nicht. Lieber Köpfe einschlagen, als diesen Scheiß machen. Warum das denn? Oh, da links ist einer. Den haben wir. Ich muss sie bald finden. Aufpassen, der könnte, wenn er will, ein Auge auf mich haben. Was ist denn das denn? Senfgläser? Ist das Senf? Ah. Hahaha. So. Hier ist nichts. Wahrscheinlich wieder die letzte Kiste. Die hier hinten. Auch nicht. Hab sie. Doch, siehste. War ja fast klar. Okay, was? Wir sollen da raus? Okay, das kriegen wir hin. Gibt's denn eigentlich keine Waffe mit Schalldämpfer? Darauf hätte ich auch mal Bock. Hier ist der. Ist da alles drin, was wir haben wollten? Sieht gut aus, Jungs. Gut. Laden wir sie ein und hauen wir ab. Das ist die letzte. Verschwind mir. Ich sitze nicht wieder hinten. Du bist sowieso der bessere Fahrer. Fahr uns nur nicht in die Bucht. Scheiße. Hört ihr das? Los, Tom. Gib Gas. Los, los. Ich bin da schneller fertig, aber nicht. Tom, nicht gemütlich hier, oder? Ich mach doch schon. Durch das Tor. Einbruch beim staatlichen Abschleppruf des Zollamts. Verdächtige fliehen in einem Zolllaster. Ich will überall Straßensperren. Sind sicher alle Kops der Stadt unterwegs. Verschwinden wir. So schnell du kannst, Tom. Vor allem ist die Karre gleich kaputt hier. Was soll das denn? Vor uns ist eine Straßensperre. Ja. Finde einen anderen Weg. Sie dürfen uns auf keinen Fall sehen. Wir schaffen das, Jungs. Wir schaffen das. Da war ein Mülleimer. Was ist denn mit der Karre los? Die kann nicht mal Mülleimer umfahren. Aber quietschen tut sie wie eine große. Noch ein Kontrollpunkt. Mach einen weiten Bogen, Tom. Ja. Ja. Links abbiegen jetzt. Mal so. So. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Oh. Links kommen sie. Hier kommen sie. Ja. Mist. Aber die kriegen wir nicht. Guck hier. Ich bin schon. Oh. Ne. Links. Mach einen weiten Bogen, Tom. Geht nicht. Ich weiß gar nicht, wo komme ich denn hin. Wieso ist die Karre denn noch so langsam? Wer baut denn sowas? Au. Wie? Zwei Schüsse und weg vom Fenster? Äh. Was ist denn? Meuterei? Krass. Das ging schnell. Rügen wir die Zigarren wieder in Sicherheit. Aber hier komme ich gar nicht vorwärts. Die Kops sind überall. Da bist du ja schon halt live. Einbruch beim staatlichen Abschnitt rufst du Tollarm. Guck mal, über die Hälfte ist vom Leben schon weg. Tolllaster. Ich will überall Straßensperren. Sind sicher alle Kops der Stadt unterwegs? Verschwinden wir. So schnell du kannst, Tom. Kommt. So. Guck mal da. Der Radius der rote. Ich muss aus dem roten Radius raus. Das heißt, wir müssen eigentlich nach links. Das wäre das Beste. Das läuft ja wie am Schnürchen. Ich weiß ja auch nicht, was hier los ist. Scheiße. Das sind aber auch welche. Noch ein Kontrollpunkt. Machen den weiten Bogen, Tom. Wer soll ich denn jetzt hier einen weiten Bogen machen? Ihr Penner. Hier kommen sie. Ach Mist. Guck mal, ich hupe extra. So, jetzt dürfen wir doch hier mal jetzt hier abgegangen haben langsam. Oh ne, jetzt kommt einer von vorne. Hör auf. Ah, da war ein Auto. Zu viele. Könne ich die nicht jetzt endlich mal abschießen? Guck mal, hinten hockt er drinnen. Der hat auch eine Waffe dabei. Wie viele Pullen sind hier draußen? Du musst einen anderen Weg finden. Ey, wie? Was? Wo? Warum so schnell? Kaum haben die mich, ey. Und... Pfff. Das ist doch... Die Karre ist so langsam. So nervig. Ich will ein richtiges Auto. Ich will die Zigarren wieder in Sicherheit. Und hier... Ey, 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 ey. Du hier loskommst, hast du schon halbleib. Mehr sogar. Jetzt hängt er an der Schranke fest. Ich krieg die Krise, Leute. Na, das war er jetzt. Ja, Leben am Limit. Gesundheitsanzeige sieht gut aus. Ja. Jetzt hab ich auf den Minimap geguckt. Scheiße. Okay. Weil linksrum hat's ja nicht gebracht. Wir fahren mal hier geradeaus weiter. Aber hört mal, die Karre, die quietscht schon aus allen Löchern. Hier muss man ordentlich gebuttert werden. Aber jetzt sind hier gar keine Straßensperren mehr. Ich will mich ja nicht aufregen, aber... Ach, da ist eine. Sag mal, sobald mich jetzt eine, ein Polizeiauto erwischt, bin ich eh weg. Mal gucken mal, jetzt können wir doch hier lang. Guck mal, das sieht doch gut aus bis jetzt. Jetzt hat das Spiel Nachsicht und denkt sich, komm, wir lassen den Loser mal in Ruhe. Haha. Damit er das überhaupt schafft. Oh, jetzt kommt noch einer von vorne. Nein! Wann hab ich sie denn endlich abgehangen? Jetzt mal ehrlich. Wo ist da ein Versteck? Da ist ein Versteck, oder? Yeah, Baby. Wir wollten schon aufgeben. Es war ein Labyrinth. Ein Wunder, da was zu finden. Wenn wir sowas wieder machen, brauchen wir einen besseren Plan. Mehr Fakten. Warum? Er hat die Diamanten doch gefunden. Ja, aber nächstes Mal. Was? Wir klären vorher alles mit dir, weil du dich mit solchen Jobs auskennst? Leute, ich muss fahren. Wir wollen zur Lagerhalle zurück, ohne das LHPD an den Fersen, oder? Klar. Wir haben die Diamanten. Der Boss wird zufrieden sein. Mehr zählt gerade nicht. Nach der Schinderei mit den Kisten sollten die Diamanten so groß wie das verdammte Ritz sein. Tja, ich will nichts sagen, aber kaum habe ich so gut wie gar keine Energie. Da läuft doch Lachs. Da funktioniert das hier. Mensch, jetzt haut mal ab da vorne. Guck mal vorbei jetzt. Danke. Wie er schön zur Seite gefahren ist. Ich darf nirgendwo mal gegenfahren, sonst ist die Karre kaputt. Das wäre jetzt richtig dumm. Das wäre jetzt richtig dumm. So. Wie weit fahren die denn? So weit bin ich vorhin nicht gedüst. Im Sause-Schritt. Kommt die Karre hier nicht mal einen Berg hoch? Hattest du auch schon mal das Erlebnis, dass du in dein Schlafzimmer kamst und man Marsch dir dann auf dem Nachtschreit in der Bierdose? Joa. Kann ja mal vorkommen, oder? So. Ey, wie langsam die Karre. Ich mach volle Pulle, Leute. Der hat quasi Bleifuß. Aber die kommt hier nicht hoch. Aber jetzt. Bergab. Jetzt rennt sie locker 50. So. Aber ich muss sagen, war eine langweilige Mission. Das muss ich ja schon mal sagen. Aber ich glaube, wir nähern uns so langsam dem Ende. So lange wird die Story nicht sein. Und wir spielen jetzt schon, ich glaube, den vierten Stream oder sowas. Alter, hau ab. Ich hab keine Energie. Den vierten Stream, die vierte Aufnahmesession. Also ich glaube ja, dass das nicht mehr so lange geht. Aber ich bin mal gespannt, wie es ausgeht. Wie das Ende ist, weil... Ich hab grad null Vermutung. Die, die, die. Was ist das denn rechts hier für einer? Ein Güllewagen. Der Güllewagen. Ja, Leute. Der Bot zeigt's grad nochmal unter mir an im Livestream. Bei YouTube dann nicht. Am 18. Äh, am 13.10. Nächste Woche Dienstag um, äh, 18 Uhr. Gibt's die Premiere zum Community Track. Mit Video. Oh, wir sind da. Also einschalten lohnt sich. Yeah. Hey, Pauli. Bist du okay? Ja. Ja, aber ein paar Kisten sind jetzt durchlöchert. Wie schlimm ist es? Die ist am schlimmsten dran. Sieht nicht gut aus. Der Don wird sauer sein, wenn die Zigarren ruiniert sind. Was zur Hölle. Scheiße. Das ist Stoff. Sicher? Ja. Bin ich. Ich dachte, wir dealen nicht mit... Diamanten gibt keine. Das ist die wahre Beute. Nein. Nein, 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 nein. Der Don sagte, wir klauen Diamanten. Du kannst jede Kiste öffnen. Das sind keine. Ach stimmt, wir sind ja auch mit dem Polizisten da im Verhör. Wir setzen unser Leben für diese Scheiße aufs Spiel. Sieht so aus. Beruhig dich, lieber Pauli. Der Don kommt scheiße. Wir sagen kein Wort darüber zum Don. Wenn wir es hätten wissen sollen, hätte er es uns gesagt. Er war nicht ehrlich. Ja, aber vorerst. Halten wir unsere Schnauzen. Klar? Ja, okay. Pauli? Ja, ja, ich werd nix sagen. Hab ich Probleme, Jungs? Eine der Kisten hat was abgekriegt. Wirklich? Ja, sieht nicht schlecht aus. Vielleicht sind ein paar Zigarren kaputt. Aber sonst sollte die Ware okay sein, Boss. Außerdem gibt's ja nichts Härteres als Diamanten. Außer meinen Schwanz vielleicht. Na, bravo, Jungs, bravo. Ihr könnt euch auf einen schönen Bonus freuen. Sollen wir die Kisten in die Lagerhalle bringen? Nein, ihr könnt gehen. Diese Idioten werden das übernehmen. Sicher? Was hab ich gesagt? Okay, Boss. Wir hauen ab. Seb, bring mich zurück zur Bar. Klar, Boss. Kommt ihr mit? Wir nehmen den Zug. Okay. Wir sehen uns. Das stinkt zur Hölle. Der Don macht falsche Geschäfte, Leute. Der Don hat mal gepredigt, dass er keine Junkies in seinem Viertel haben möchte. Ich hab die Schnauze voll. Hätten die uns mit dem Stoff erwischt, wären wir im Knast gestorben. Ja, aber was willst du machen? Hab ich dir schon gesagt? Die Bank? Ja. Mir egal, was Sam sagt. Ich hol mir den Zaster. Was springt raus? Hast du mit? Wir reden nur. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Sie wollen ja jetzt nicht eine Bank überfallen. Was stimmt denn mit denen nicht? Welche Bank? Grand Imperial. Grenze North Park und Zentrum. Ja. War vor längerem mal da. Scheint nicht gut geschützt zu sein. Leichte Flucht. Kassierer, die sich wohl nicht wehren würden. Geht nicht allein. Mal sehen. Ich verkaufe kein Teer für den Don, ohne dass wir beteiligt sind. Und ich weiß nicht. Ich will die Straße nie wiedersehen. Welche? Auf den Knien. Arme Tussi kriegt was ab, weil sie uns in die Quere kommt. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Pech gehabt. So läuft es bei uns immer. Ich sag's dir, Tom. Es ist perfekt. Ich hätte dich nicht dazu geholt, wenn ich von der Sache nicht überzeugt wäre. Wir werden sehen. Bevor was passiert, will ich fakten. Falls ich geschnappt werde, ist es mit Sarah aus. Hallo Alex, willkommen im Stream. Hallo Train... Äh, Drain. Willkommen im Stream. Du musst an deine Familie denken. Vergiss das nicht. Denk dran, was das für eine Chance ist. Achtung, Kumpel. Du hast keine Ahnung, wovon du gerade redest. Ja. Ich weiß nicht, wie das ist, zur Familie nach Hause zu kommen. Aber deshalb mach ich das ja. Wer wird mich heiraten? Mit meinen fast 40 Jahren und der ganzen Reihe von Vorstrafen? Wenn's klappt, kann ich das hier endlich an den Nagel hängen. Wer weiß. Familienleben ist nichts für dich, Pauly. Nach nem halben Jahr verpasst du dir aus Langeweile ne Kugel. Mann. Ich bin schon seit langer Zeit soweit. Wir sitzen hier rum seit sechs Monaten. Spielen Karten, aber nur rum. Ich werd langsam faul. Dann geht alles daneben und ich muss wieder in Schwung kommen, sonst bin ich tot. Manchmal schlafe ich fast ein, wenn der Don von den guten alten Zeiten erzählt. Ich hab die Scheiße schon tausendmal gehört und am nächsten Tag? Am nächsten Tag fliegen Kugeln und die Scheiß mir fast in die Ohse. Ich hab so die Schnauze voll, Tommy. Tja, aussteigen ist nicht. Du suchst nach dem großen Ding. Klar, ein Wunschtraum. Jeder kleine Gangster träumt davon, sein letztes großes Ding zu drehen. Wenn wir das schaffen... Keine Ahnung. Dann könnte ich vielleicht sogar eine kleine Pizzeria oder sowas eröffnen. Klar. Aber wenn wir das machen, warten wir, bis alles wieder ruhig ist. Ha, ich hab dich schon an der Angel. Vielleicht. Doch, ich hab dich schon an der Angel. Mann, was ist mir nicht schön Oder war. Wenn du仲 heims. Vergangen, dass��들 zu sein.